Liebe Handwerkerinnen, liebe Handwerker, mein Name ist Patrick Winzweck, ich bin deutscher Handball-Nationalspieler, ich bin Anlagenmechaniker, also auch Handwerker und wollte euch nur sagen, dass ich es klasse finde, wie ihr Deutschland am Laufen haltet. Ich denke, ohne euch wären viele Sachen nicht möglich und von daher bleibt alle gesund und macht weiter so. Bis dann.